Mimmi, willkommen im Hangar. Danke. Gehe hinter das Gepäckband links von dir und stell dich hinter deinen Koffer. Von hier aus reißt du ins Weltall. Dort wachsen keine Hosen. Mit meinen großen blauen Kulleraugen habe ich früher als Kind jeden Wunsch erfüllt bekommen. Nur heute klappt es nicht mehr so gut. Ich bin die Mimi, ich bin 27 Jahre alt und ich habe die letzte Rose vom Bachelor bekommen. Aber damit glaube ich auf den größten Kopf. Also während der Staffel hat mir jeder vorgeworfen, dass ich doch so besitzergreifend bin, so eifersüchtig. Unempathisch, dass ich nur auf mich achten würde und das ist halt überhaupt gar nicht der Fall. Ich war früher halt immer frech. Ich habe alle gehauen. Oh, das hat der jetzt aber nicht aufgenommen. Ansonsten bin ich super. Warum ich bei Promi Big Brother mitmachen möchte, ist einfach, weil ich mich selber unter Beweis stellen will. Ich will meine Stärken zeigen, nicht nur die zickige, eifersüchtige, missgünstige Mimi sein. Ich will zeigen, wie ich wirklich bin und dass ich gar nicht mal so schlimm bin, wie alle gerade denken. Big Brother, ich wünsche mir von dir, dass du lieb zu mir bist, weil ich bin auch nett zu dir. Mimmi, du darfst nur einen mitgebrachten Gegenstand ins All mitnehmen. Ernsthaft? Wähle ihn jetzt aus und halte ihn hoch und sage, was es ist. Eine, voll gemein. Okay, den. Das ist mein Hoodie. Kannst du vielleicht gebrauchen. Ja, eben. Im All musst du dein Space-Outfit tragen. Es sieht an der Kleiderstange. Sexy. Was mit Unterwäsche? Behältst du an. Okay. Geil, ne? Ja, mega. Und jetzt? Rechts von dir ist die Tür. Geh durch diese Schleuse und betritt die Rauschstation. Okay. Danke. Oh mein Gott. Soll ich den Herzgesack bekommen? Rücken! Ah! Oh mein Gott. Hi. Hi. Ich bin die Mimmi. Melanie. Hi. Bachelor, ne? Ja. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ja, finde ich cool. Die wurde verlassen am Bachelor. Ich glaube, mit der werde ich nicht anecken. Die ist so da. Wie so eine süße Frauenpflanze. Die steht in der Mitte und irgendwann beachtet man sie nicht. Wie beim Bachelor. Oh Gott, der war gemein. Aber das ist doch eigentlich ein cooler, schöner Bereich, oder? Also ich hätte es mir jetzt schlimm vorgestellt. Wie so ein, keine Ahnung. Läuft bei dir. Nee. Bist du irgendwie mal von gestern im Taubild oder was? Warum? Findest du das hier cool? Ja. Ernsthaft? Ja. Du bist noch voll von letzter Nacht oder so. Melanie ist ganz nett zu mir. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich glaube, das ändert sich noch ganz schnell. Das ist, das ist, das ist kalt. Es ist, es ist keine Pflanze. Jetzt ist es gerade einladend. Ne? Also ein paar Blümchen fehlen hier einfach überall an jeder Stelle. Ach, überall Kameras, ey. Ist das dein erstes Format nach Bachelor? Ja. Ja. Dann du komm mit deinem ersten eingesperrten Format. Ach Mensch, jetzt kann aber auch noch nix zu kommen. Ja.